Du weißt doch, dass du nicht mitkommen kannst. Es war einmal ein kleiner schwarzer Kater, ganz alleine und weit weg von zu Hause. Wie heißt du eigentlich? Rudolf. Und du? Also mein Name ist... Namen gibt's viele. Was? Du heißt gibt's viele? Komischer Name. In der Fremde trifft Rudolf einen dicken Streuner, der weiß, wo es lang geht. Hast du Angst vor ihm? Au! Komm mit. Streuner verrät ihm ein Geheimnis. Die Schrift der Menschen. Die Schrift? Zum Beispiel, dass ich weiß, wann es in der Schulkantine Eintopf gibt, liegt daran, dass ich lesen kann. In der Schulkantine hängt der Speiseplan aus. Das ist lecker! Oh, was für ein süßes Kätzchen! Doch Rudolf hat Heimweh. Ich muss mich wohl damit abfinden, dass ich nicht mehr nach Hause komme. Na, du Verlierer-Kater. Rudi, es ist schrecklich. Was ist denn los, Flecky? Er rührt sich nicht mehr. Verzweiflung ist nur eine Antwort der Dummen. Einem Feigling wie dir gebe ich mich nicht geschlagen. Ja! Was auch unterwegs passiert, du schaffst es nach Hause zu kommen. Gib nicht auf. Was ist. Untertitelung des ZDF, 2020